Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Mass Effect. Hallo Mira, seid doch mal bitte ruhig. So, und hier sind wir auch wieder und es geht jetzt los. Okay, hier sind Gates, glaube ich, weil unten rechts ist das Radar blockiert. Ich schaue ziemlich oft darauf. Ist mir ganz traurig, dass Radar blockiert ist. So, Universal-Gel haben wir auch ziemlich viel, muss ich sagen. Okay, das war doch ein Geht. Ich dachte, das wäre irgendein Turianer gewesen, der uns helfen würde. So, und abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Garus, das steht auch nicht auf. Das heißt, hier sind auch irgendwo Feinde. Worauf zielt die Ashley überhaupt? Wow! Was zum Teufel? Ach, verdammt. Schlecht, ziemlich schlecht. Zum Glück habe ich erst gespeichert. Aber ich glaube, das war nach unten. Vor dem Fahrstuhl natürlich. Oh shit, das ist... Krunker shit. Warnmeldung, Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schlecht, sehr schlecht. Wieso können die das nicht selbst machen? Okay, egal. Wir heilen hier erstmal. Garus, damit der hier nicht uns ganz verreckt. Ne, Garus, nicht Garus. So. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ah, verdammt. Drecks Titan, ey. Da drüben ist jemand. Ich warte mal hier die Tür zu öffnen. Oh. Jetzt weiß ich, was ich nicht zuerst öffnen werde. Ich werde erstmal den Tarn da oben zerstören. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Der Schlag erforderlich. Yes. So, jetzt müssten wir die Gate da drüben noch zerstören, aber das Schnellspeichern können wir jetzt nicht machen. Wieso habe ich gespeichert? Äh, F gedrückt. Oh shit, das hätten wir nicht machen sollen. Fuck. So, das machen wir nie wieder, Leute. Also nie wieder, sag ich euch. Das ist ziemlich schief gegangen. Da oben ist es übel schwer halt so. Wir müssen jetzt besser aufpassen, was wir tun, wo wir es tun und wann wir es tun. Weil wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir die nächsten 10 Parts noch hier und... Befragmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. So. Gut, da habe ich jetzt mal hier unten schnell gespeichert. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dreck, es geht, ey. So. Da ist so ein Pirscher abgehauen. So, da weiß ich jetzt auch, wo der Pirscher ist. So, jetzt müssen wir nur noch die Tarn erledigen. Und dann haben wir es auch geschafft. Ich gehe mal lieber noch mal kurz zurück. Und speichere. Wieso ist es fehlgeschlagen? Das liegt an den Titanen. Der ist noch viel zu... Ah, nee, der ist noch da. Deswegen kriegen wir den nicht. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfallein... Wartet mal kurz. Den hatte ich noch im Augenwinkel gesehen. Gehabt. So, schaue ich mal hier gleich. Gut, nehmen wir mal alles mit einfach. Und dann müssen wir jetzt gehen. Aber ich muss ja erst mal den Titanen erledigen. Das sieht uns nicht. Das ist ja gut. Solange er uns nicht sehen kann, ist das gut. Awesome. So, Garo ist es am Leben. Das heißt, wir können hier auch schnell speichern. Autsch. Gut, dann heilen wir mal lieber unsere Teamkameraden, damit der Garos hier aufhört, uns irgendwie zu verrecken. Sie haben die Reparaturen für Gipfel 15 erreicht, Stand da gerade. Und das ist auch sehr gut und sehr schön. Jetzt können wir hier weitermachen. Ganz normal, ganz relaxed. Können wir jetzt den Zug nutzen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir werden hier mal schauen. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Bahnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Was bedeuten diese freien Gefahrenstoffe? In der Dekontaminationskammer befinden sich gefährliche biologische Wirkstoffe. Im Interesse der Crewsicherheit wurde die Bahnstation verriegelt. Vor dem Betreten müssen die abgesicherten Plasma-Düsen aktiviert werden. Äh, okay. Warnmeldung ignorieren. Warnmeldung ignorieren. Schleusentüren öffnen. Sehr wohl, Commander. Bereich wird freigegeben. Zutritt auf eigene Gefahr. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie an. Okay, dann schaue ich mal mal schnell mein Quest-Tagebuch an. Okay, nun wäre ich ja zur Rift Station. Sie sind auf der Suche nach der Materialien Benizia. Sie hat sich zur Rift Station begeben. Und diese Station erreichen Sie über die Passagierzüge von Gipfel 15. Passagier. Endschein. Also, ich muss ehrlich sagen, die Engine, die Endschein, ist ziemlich gut. Endschein, Führerschein. Mein Schein, dein Schein. Bambo-Schein. Hahaha. So, und ich würde sagen, wir laufen hier erstmal entlang. Ja, ihr habt jetzt bestimmt gedacht, ich wende ein paar. Haha, tue ich auch noch nicht. Zumindest da noch nicht. Ich tue hier nochmal schnell speichern. Cool, unsere Waffe, die ist jetzt rot. Habe ich gar nicht bemerkt. Alter, du bist so eine Bitch. Gut, auf jeden Fall werde ich jetzt hier den Port beenden. Genau jetzt und. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Oder was auch immer. Es ist euch überlassen. Und, ähm, mein letztes Wort ist Bye, bye.